Balciani. Nochmal? Balciani. Eisenbahner. Eiergoli. Sind die Zange nehmen? Wuchtel. Hallo Fans, Noah und ich heute bei einer Challenge. Österreichische Fußballbegriffe raten. Mal schauen, was wir da wissen. Dann lege ich mal los. Eiergoli. 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 Ich glaube ein Torwart, wo... Eiergoli. Noch nie gehört, oder? Nein, ich glaube ein Torwart, wo Patz oder keine Ahnung. Schlecht ist, oder? Ja. 1-0. Wuchtel. Wuchtel? Ich würde jetzt sagen, ein harter Schuss. Sowas in die Richtung. Nicht? Wuchtel. Wuchtel ist Ball. Na gut, das ist ja nicht schwer. Triplanski. Einer, der gerne triplert. 2-0. Eisenbahner. Eisenbahner? Also, ich würde sagen, so wie Schienenspieler, weißt du, die Linie lang. Spielen. Eisenbahner. Jausengegner. Jausengegner. Ein Gegner, der nicht gut ist. Ich bin Österreicher geworden. 3-0. Komm, mach. Stangelpass. Stangelpass. Stangelpass? Ja, den kennen wir ja. Durch die Lücke. Spielt Noah zwar selten, aber. Oder? Stangelpass. Oder was ist das? Das erste Pfostenpass, oder? Oh, scheiße. Jausengegner. Gurkel. Ähm, Tunnel. Autowachle. Autowachle. Boah. Ich hätte gedacht, einer der, wenn der Ball im Out ist, immer so jammert oder so. Balciani. Nochmal? Balciani. Sag mal. Balciani. Ich habe nie mein Leben gerade erwartet. Aber sind das wirklich umgangssprachliche Begriffe, oder? Balciani. Ich sehe das. Keine Ahnung. Sich anschitten. Gut, das kann man ja so Eierkohle nehmen. Das ist ja eigentlich Fehler machen. Das ist Ferser. Ferser. Hacke. Zanglach. Zanglach? Ja. Sollen wir die Zange nehmen? Türen. Türen? Ich glaube, wir hätten lieber zusammen machen sollen. Tor vielleicht? Ach. So. Ich würde sagen, unentschieden. Ich habe einige Werte noch nie gehört. In meinem Leben. Aber. Top. Haben wir wieder was gelernt, dann. Stange passt. Wir finanziellen. Tor! Tollen ist Frei? Dear das.